Hey und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal heimwerkerzeit.de. In meinem aktuellen Video zeige ich euch, wie ihr einen wunderschönen rustikalen Hocker bauen könnt. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir bitte ein Like und ein Abo, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.